Das ist ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 13. Dezember, präsentiert von die Bepro, die Lösung für Bestandte und Provision. Bundeskanzler Olaf Scholz will Zahl der Frührentner reduzieren. Bundeskanzler Olaf Scholz will erreichen, dass weniger Bürgerinnen und Bürger vorzeitig in Rente gehen. Ziel müsse sein, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können, sagte Scholz der Funke Mediengruppe. Deutsche gehen wieder häufiger vorzeitig in Rente. Die Menschen in Deutschland gehen immer häufiger vorzeitig in Rente. Das zeigen Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Jede bzw. jeder Dritte nutzt demnach die sogenannte Rente mit 63, um vorzeitig in den Ruhestand zu wechseln. Aber auch die Zeit der Neurentner, die Abstiege in Kauf nehmen, wächst. MyLife bekommt neue Vorständen Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Übernahme der MyLife Lebensversicherung AG und der Honorarkonzept GmbH durch die Idealgruppe am 7. Dezember final genehmigt. Im Zuge dessen wurde Madeleine Bremme mit Wirkung zum 9. Dezember zur neuen Vorständin bestellt. Die Betriebswirtschaftlerin löst Dr. Klaus Mischler als Vorstand ab, der sich auf seine Führungsposition innerhalb der bisherigen Muttergesellschaft Swiss Inger Revolution Partners konzentrieren werde. Die 44-jährige Bremme wird künftig unter anderem die Bereiche Finanzen, Kapitalanlage, Produktentwicklung und Aktuariat verantworten. Zurich erweitert Leistungsumfang bei Krankheitsschutzbriefen Die Zurich Gruppe Deutschland erweitert den Leistungsumfang bei den Produkten IGES-Star Krankheitsschutzbrief und IGES-Star erweiterte Krankheitsschutzbrief von derzeit 68 auf 75 versicherte Erkrankungen. Bei den Erkrankungen, die eine Vollleistung auslösen, wurden neue schwere Erkrankungen aufgenommen, wie zum Beispiel eine schwere Form der Epilepsie, eine Autoimmunkrankheit, die zu Ermüdungen von Muskulatur führt, oder auch eine schwere Blutvergiftung. Die Clark Group übernimmt den All-Finanzdienstleister UPyPartner. Das Unternehmen aus Zofing ist seit 2010 auf dem Schweizer Versicherungsmarkt im Bereich der Optimierung von Finanzlösungen tätig. Mit der Übernahme wird das Frankfurter Introtec seine Präsenz innerhalb Europas und in der Schweiz stärken. Welche Versicherungen passen am besten zur Nachhaltigkeit? Produktbezogen erleben die Versicherungskunden bei der Kfz-Versicherung 43%, Wohngebäudeversicherung 31% und Lebens- und Rentenversicherung 28% spontan die höchste Passung zum Thema Nachhaltigkeit. Bei anderen Produktarten erscheint der FIT erklärungsbedürftiger. Auf das größte konkrete Abschlussinteresse stoßen vor allem solche nachhaltigen Versicherungsprodukte, die keine enge oder langfristige Bindung am Versicherer erfordern. Auf diese Weise lassen sich auch ohne größeres Risiko Erfahrungen mit nachhaltigen Versicherungen sammeln. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 13. Dezember, präsentiert von die Bepro. Die Lösung für Bestand und Provision.